riesigen scheiß Wald gebaut ich glaube ich muss hier mal mit dem Feuerzeug durch habe ich schon mal gemacht alter ich habe ich habe da ist ein Huhn lebensmüdes Huhn ich werde ihm helfen oh das hat mir zwei Federn gegeben das war nett jetzt ist es tot habe ich schon mal gemacht übrigens ich war schon mal in einem riesigen Wald hat ein Feuerzeug in der Hand und ja hab auch so sehen den Wald angezündet das haben wir im Creative Mode gemacht also aber es war voll fun irgendwie ich töte das Schwein ich töte das Schwein auch nicht vielleicht können wir es noch gebrauchen was ist das für eine Produktion hir der bubb goin ich 100 war tại hatte auch mal was schönen von rechts voll idee schade auch das war in unserem letztem ähn 찍so die einen in Eigentlich schon Mama, es wird ja noch geil, er ist ja noch voll unfertig Es ist ja voll geil auch schon mal Also ich denke, sie haben auch eine eigene Let's Play-Wert Schaut euch mal bei ihnen vorbei, Link ist in der Beschreibung Ja und natürlich auch bei unseren 10 Abonnenten Geht mal bei äh Der Name Bis der Twist-Docker vorbei, genau Ihr nehmt's doch eh nicht auf Ah ja stimmt FAYL FAYL Oh mein Gott Wie schlecht tut mir leid Kein Ding Voll am Penal Ihr müsst verstehen, es ist 4 vor Mitternacht Also da darf schon, so ein kleiner Versprecher darf schon mal sein Oh mein Gott Hm So Hab ich Was sehen da meine müden Augen da? Ach ne, das ist nur ein Schaf Ich hab schon gedacht, das wäre ein Spann Geil, nochmal Alter, wie viele Schafe hier rumlaufen Ja, das ist übel doch Ist doch nicht normal, ey Ok Braun 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 In allen Farbvariationen laufen hier Schafe rum Hast du auch blaue, hm? Ne, aber was auch geil ist, ich hab schon mal ein pinkes Schaf gefunden Lol Lol, echt? Ja Männlichster Schaf ever Wie das? War garantiert männlich Ist es in Lava gefallen und hat dann irgendwie nach Jahren ihre Farbe langsam verloren Es war so männlich, ich hab seine Familienplanung unten raushängen sehen Ok So, das ist, die Eisenachse ist auch gleich Geht auch gleich wieder in Rente In Rente? Ach was du alles für Sprüche drauf hast, meine Fresse du Ja, ne Und das Niveau sinkt weiter? Ich hab, ich hab hier ne Höhe gefunden Alter, hier ist das Niveau bis dahin Alter Ey, ich hab hier ne, geil, ich hab hier ne Ritze gefunden Ne Ritze? Achso, hier Danke Schwingt einen Arsch mal her Oh, ein weniger Warte Ich komm hier nicht mehr Verarschen, ich komm hier nicht mehr raus Ich hol's hier die Bäume ab rundherum, damit das hier ein bisschen freigelegter wird Ich hab hier nen richtig geilen Dings gefunden So ne Schlucht Wo Eisen und Kohle, alles drin ist Und ich weiß noch nicht alles, was unten drin ist, weil ich da nicht runterjumpen wollte Weil ich nix dabei hab, um mich wieder rauszubauen Kann man das von unserem Haus aussehen? Ja, kann man Was? Was? Und ich diesen Baum hier weghau Ja, komm mal zu mir Ja, komm mal zu mir Ja, wo bist du mein Lieber? Ich bin hier Und hier Das Schaf wollte grad in die Schlucht reinspringen Achso dort bist du, boah Ja Komm mal her, hier ist ne richtig geile Schlucht Warte, ich bin unterwegs Könntest du mir genau beschreiben, wo du bist? Hier Achso Wo bist du? Wo bist du? Das war nicht sehr effektiv Wo bist denn du? Bist du beim Kran oder wo? Nein, ich bin hier Aha Nein, ich bin Ich bin auf einem Baum Gibt ja so wenig Ach, da hinten Ich seh dich Echt? Lol Da, warte, 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 ich kletter auch kurz auf dem Baum Oder ne Siehst du mich? Warte, ich schwimme auf den See Ich bin der verrückte Mongo im See Ah, dort drüben Ja, siehs, ich sehs Ich leg hier grad ne riesen, riesen Schlucht Zombie Warte auf mich, warte auf mich Sehr affreut, Herr Zombie Würden Sie bitte Danke Achso, hier Wow, fast runtergefallen Ja, ne? Richtig geile Schlucht Boah, das Reisen und so Hehehe Ich könnte dich jetzt einmal hauen und du bist tot Nein, nein Einbildung Er baut einfach eiskalt ab, ich glaub's nicht Ja, natürlich, das ist meine Schlucht Ich beschlagnahme sie jetzt Vielen Dank Du kannst mich machen Oh Das wäre jetzt aber nicht nett Oh, Mama Ja, bin beleidigt Ich hab nie behauptet, dass ich nett bin Da auch hast du dich direkt Was, nett, was? Nett, was ist das? Kann man das essen? Nein, man kann es trinken, achso Das war das geilste Unser, unser Geschichtsleder So, ähm Er hat irgendwas gesagt Er hat irgendwas gesagt Ich weiß noch nicht mehr was Und so eine Schülerin Das ist aber nicht nett Er so Ich weiß Ja, der zog nicht, ne? Schau bitte, wenn wir lachen sollen, okay? Ja, ja, kommst du wieder hoch? Ne, ne, ich kann hier noch Eisen abbauen Es ist dunkel Echt durch Scheiße Warte, warte, Eisen, warte, Moment Ich hab dein Kran gerade für'n riesen Zombie gehalten Das sah von Von hier weiten Aus dem Augenwinkel So aus wie ein Zombie Ja, ja, wenn du Deinen Kopf so auf die Schulter legst Ein Auge zumachst Und dem anderem Auge, das offen ist Nach Wasser reinspringt Sieht's wirklich so aus, das ist recht Mann, was würde ich jetzt für Pfeil und Bogen geben? Keine Ahnung Nimm den Wasserfall und schwimm hier hoch Wo? Da, den Wasserfall Ach ja, boah, bist du gescheit Vielen Dank Ich weiß Trechter Stock Bing Bing Wie so'n Fahrstuhl Ja, natürlich Ich hau' mir jetzt noch Zombie-Fleisch rein, damit ich hier rüber sprinten kann Ja, ich hab nur noch ein bisschen Happy Happy So, ich renne rum rum, ich hab keinen Bock zu schwimmen Running Nicht schwimmen Das ist einfach Aber meins geht schneller Nein, nein Das meinst du nur Einbildung Mach dir mal Ich bin erster beim Haus Da ist ein Creeper und ein Skelett auf unserem Dach, das nicht ausgeleuchtet wurde Wieso sollen die da oben hausen, wie sie wollen? Ich steh jetzt mal daneben Ich steh mal daneben und gucke, ob er runterspringt Ja, ja, genau vorn der Haustür Hey Dude Dude Hey Dude Oh, jetzt ein Pfeil und Bogen Dude Trendy, Trendy Creeper 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 Was? Das Skelett hat nen Pfeil und nen Bogen Vielleicht soll... Alter Ich, ich geh ins Haus Ich hab Angst, Mama Aber jetzt können wir nicht pennen, ne? Das ist uns schon bewusst Nein, nein, das meinst du nur Zeig mal Ich kann können Ich kann nicht Ich kann sie 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 nicht weg, mein Bett zu dir, Pacman Ich schlafe jetzt echt beieinander Bei mir geht's, ne? Ja Ich will's doch, ich glaub ich sie müssen auch fast in meinem Bett schlafen Ne, ich werde dein Bett boykottieren Oh Was auch immer das heisst Vielen Dank Meine Hand schmeckt nach Gummibären Lass mich mal an deiner Hand schnuppern Willst du mal ableckern? Unbedingt, ich will einmal schlecken, bitte So Auch eine Tüte mit Marzipan-Choi-Choice Genau Essen Apfel Ja, soll ich schlafen gehen? Geh ab, ähm Miss Swiss Zocke Jaja, ich geh gleich schlafen Guck, Sir Swiss Zocke Ja genau Das ist meine Wenigkeit Ja Ich geh noch kurz vier Warte, ich muss mir erst noch ein Essen holen Ich hol mir einen Huhn Ja genau Das ist meine Wenigkeit Ne, zwei Minuten Äh Du kannst wirklich schon schlafen gehen, also wir haben nichts dagegen Ich aber Ich muss auch bei dir pennen, dein Ernst Ja 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 Kann ich auch wenn wir draußen pennen? Nein Eins, komm mal hin Ich schlaf zwischen euch Oho 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 Ich schon Ich schon Ich hab Sonderbewilligung Ähm Wir, wir wollten aufhören, ne? Ja Also du Nein Ja geh, wir können auch schon noch später machen Okay Wie du willst, das musst du wissen Dann machen wir noch einen Tag Ja Nächsten Tag sag ich nochmal genau das gleiche Okay Das ist ja gut Ich glaube es gibt für Mr. Swisszog ein paar Folgen zum Hochladen Oh ja Eine Stunde APP und jetzt noch ein bisschen Minecraft nachher Ich will nie wieder gemotze, ich lade zu wenige Videos hoch Ich schreib dir, ich schreib, äh, ich schreib dir morgen eine PN Lade mehr Videos hoch! Dann schreib ich dir eine PN zurück Leck mich Oho Oho Und dann war das Dann war es gar nicht nix, sondern jemand ganz anders Hehehe Das ist mir auch wurscht Ne Mr. Swisszogger 100 Abonnenten Hehehehe Mr. Swisszogger goes bad Minus 80 Abonnenten So, die Kuh muss jetzt dran glauben Stirb Und die Kuh auch Jetzt hat irgendein Kuhbaby seine Mama verloren Wie brutal, ne? Egal, oder sein Vater Egal, oder sein Vater Dein Vater Boris, warum bei uns so geiles Ding hier und bei uns nicht? Ein Haufen Ich, ich muss, ich mach jetzt noch eine Schere Okay, weißt du wie es geht zum Craften? Ja Okay Bei einem Feuerzeug muss ich immer wieder überlegen wie das geht, aber eine Schere ist ziemlich einfach eigentlich Ja, zwei Eisen Quer nebeneinander Ja So, ich mach ich mir jetzt noch Schuhe Hast du eine Pickaxe? Ja Okay, danke So, jetzt habe ich Schuhe, jetzt habe ich meinen farbigen Körper etwas bedecken können Hm Farbige Schuhe Ist das Wisszogger So, gib mir deine Wolle Wolle Weißt du was? Ich will mir noch kurz ein paar Schafe Du und du macht Baby Kann ich das Baby Schaf auch schon? Ach, ne Ach, der Haft, das Teile sieht so geil aus, Bloble Irgendwo habe ich doch nen Creeper gehört Ja, der ist, der ist, der ist, oh, 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 oh Ohhhh, Schei Sag mir nicht, er ist im Haus Er ist im Garten Er ist im Garten Wenn du jetzt die Tür aufmach, sie explodiert er Hau ihn Hau ihn Hau ihn Oh, 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 jetzt ist der Fall die Küche Äh, 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 äh Einatmen Ausatmen Ich mach noch eine Küste Ähm, damit wir dort halt die Schere reinlegen können für für Dingenkirchen Dingskirchen? Okay Genau, für, für, für für, um die Schafe zu scheren Äh, 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 äh Gesundheit Äh, g- Wie sagt ihr immer Gesundheit, Alter? Ich kapier das nicht Prösteli Proschnageli Prost Prost Ach ne, jetzt hab ich Mwah So dumm Ich hasse das Texture Pack von diesem scheiß Weihnachtsding Das ist übel kacke, ne? Das ist richtig Wie alt sind wir? Wie hartzig Ja, achtzig Pfff Na, wie geht's euch, meine lieben Viecher? Hm, gut Ein, zwei Schafe sind, haben schon wieder Wolle gekriegt, das ging aber schnell Einmal umdrehen, die Viecher haben schon wieder Wolle Hih, 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 hih x3 What the hell? Boah, was so farmstuck Im Ernst, Alter, die hatte, ich habe mich einmal kurz umgedreht, daseral, hat schon wieder Wolle unya Ernsthaft? Wie läuft denn noch? Warte, ich, ich, ich... Ich fehle jetzt für dich extra. Machst du was für mich? Oh, so, ich dachte... Wollen wir eigentlich da jetzt in die Schlucht gehen und das ganze Zeug holen? Ich brauche zwei Achsen extra. Ich habe ja das Zeug schon geholt. Alles? Äh, ja. Alles. Kannst du natürlich noch tiefer kraten, wenn du mir glaubst. Doch, doch. Du musst du natürlich wissen. Du bist echt krank, dein, dein Kran. Das, das sieht übel geil aus. Boah! Ich glaube, ich will ein Kind von dir. Hehehe. Boah! Wie ist das denn in den Treppen? Das sieht so... Der Kran sieht so übel geil aus bis jetzt. Weißt du, wieso hat Notch einfach das so gemacht, dass sie die verdammten Treppen umgehen können? Hehehe. Weil er es kann. Wenn ich Notch irgendwann... Wenn ich Notch irgendwann sehe, ich hau ihm voll in die Fresse. Bam ins Gesicht. Ich glaube, das war nicht mehr Notch. Ich glaube, das war nicht mehr Notch. Das sieht übel scheiße aus. Das steht ein Baum und ringsrum nix. Ich geh den jetzt mal kaputthauen. Ja, los heute. Bitte. Dir werde ich helfen. Das sieht so geil aus, Boris. Pass auf, dass es nicht wundervoll ist. Ja, ich brauch, ich brauch Baum. Baum. Baum, Baum, Baum. Hehehe. Ja, geh, geh in, in Keller. Dort find's nen Baum. Hehehe. Jaaa! Ich brauch den Baum hier. Ich muss unsere Brücke noch fertig bauen. Die ist nämlich auch nicht fertig. Guck, ich bring die 45 unverarbeitetes Holz. Okay, Boris? Ja. Warte, hier. Danke. Danke. Okay. Ich brauch auch noch Holz. Drei Stück. Kannst du mir drei verarbeitete Holz geben? Jo. Egal welcher Farbe. Nein. Braun nicht? Ja, Braun. Wie unser Haus. Okay, Moment. So unfreundlich. Ergib mir kein Holz. Doch. Ja, ich mein Bloble. Ach, der Blob. Ich brauch aus. Nooo. Tut mir leid. Das waren vier. Danke. Oh. Tut mir leid. Kannst du nicht zählen? Doch, aber es ist mir ein viertes rausgeflutscht. Aus der Hand. Hui. Nasse Hände. Oh, ups. So, jetzt ist unsere Brücke fertig. Was soll ich sagen? Dann muss ich dich wohl bücken. Hehehe. Uuuuuh, ne. Keine Dateis. Hehehe. Apfel. Apfelringe. Gequirlte Apfelscheiße. Eigentlich könnte man sich hier mal ne Schere schnappen und durch den Halb, durch den ganzen Wald rennen und nachher hat man 2000 Stacks Wolle. Boah, ein bisschen viel. Ne. Du kannst, du kannst drei Runden rennen. Jedes Mal, wenn du, kannst 3000 Mal im gleichen Schaf vorbei rennen, das hat immer Wolle. Ich tue mich selber. Markus Persson ist tot. Wer ist tot? Markus Persson. Was ist denn das? Hehehe. For Minecraft. Was? Minecraft? Was ist das? Ich hab keine Ahnung, Pac-Man. Ach, jetzt weiß ich wieso, dass du Sir Pac-Man heißt. Da ist ein Pac-Man auf deinem Rücken. Boah, lange Leitung. Ich hab dir das jetzt einmal genau angeschaut. Ja. Und du siehst doch das Gelbe auf meinem Kopf. Das ist auch ein Pac-Man. Mhm. 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 Okay. Wo kann ich den Kran bedienen? Knappe? Ah, die Füsse. Pssst, das sagt man nicht. Okay, tut mir leid. Au. Aufs Maul gepackt. Au. Ich muss auch gleich offline, ne? Offline? Ja, wollen wir dann den Tag, wenn es abends ist, beenden? Ja, wenn es... Ja, ne. Den Tag beenden, wenn es abends ist. AHHHHH! Wir beginnen den Tag, wenn es abends ist, weißt du? Was? OHHHHH! Du nimmst die Sonne von unseren Setzlingen weg. Pssst. Ja, da fangen ja die Fackeln. Pssst. Ähm, hier unten ist Stein im... in beiden... Schämst du dich nicht? Ich blopble, 2599. Ich nimm so einen Stein raus. Ähm. Ich bin ein Kran. Ähm. Hehehe. Ja, der... Also, nächstes Mal, wenn wir ihn wieder mal aufnehmen, müssen wir diesen... diesen Garten umgraben, ey. Auf jeden Fall. Das ist alles ein Graben, ey. Boah, aber das Ding, was du hier gebaut hast, ist der Kran. Boah! Boah! Es regnet, zum Abschluss. Yay! Okay! Okay, dann... äh, dann... wollen wir beenden, oder wie? Hast du jetzt was gedacht, mein liebes... Mr... Sir... Nein, wir gehen kennen und dann beenden. Okay. Okay, dann geh ich mal... Dann geh wir an ins Bett. Spatly? Spatly. Bethlehem. Boah, aber ich wucke nicht. Ich bin eigentlich... Ich bin eigentlich den ganzen Tag auf YouTube, alter! Wenn ich so bedenke, um... 10 Uhr geh ich auf YouTube und um 20 Uhr beende ich irgendwie! Was? So, einmal... Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich hab keinen Weizen mehr in der Hand, Jungs! Ey, jetzt muss ich schlafen gehen, oder? Pech gehabt. So, gib mir Wolle, gib mir Wolle, gib mir Wolle. Hahahaha! 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 Ich bin wirklich tief am Schlafen und du machst das einfach so! Hahahaha! 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 Nein, geh wieder rein! Dummes Bi! Alter, die drücken sich hier raus! Stürb! Stürb! Aber bitte... Bitte wiss ich das ab, bevor sie mein Gesicht fliegt! Hahahaha! 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 Alter, was... Machen wir da oben? Hahahaha! 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 Komm hoch! Du willst gar nicht wissen, was ihr da oben macht! Hahahaha! Hahahaha! Ich füll noch kurz die Ö... die Öfen nach, ne? Ok! Und wenn ihr hochkommt? Hahahaha! 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 Nino, oder... Na, ihr bombt... Das Haus in die Höhe! Ihr dürft das alles bis zum nächsten Mal wieder aufbauen! MACH- Hahahaha! hih! Hihi! Jetzt springt uns das ganze Haus in die Luft! Nino, her? jetzt kommt das Haus nicht weg nein keine Angst verarscht wuff oh ne uah das wird ok los Bloblich jetzt auch schlafen das Bild werde ich die ganze Nacht haben es kommt den ich kann ja keine Thumbnails erstellen oh ne ich geh hungrig zu Bett warum nicht schämst du dich nicht? nein warum nicht böse und so dann stehen wir jetzt alle auf unsere Brücke und dann machen wir fertig ok noch einmal los die Glache du hast ja als Formel immer Dings Dich selber oder so nein nicht Dich selber keine Ahnung nein nix ok ne ich fühl mich nicht selber also ich würd sagen das war's von der ersten langen Aufnahme von Let's Play Together Minecraft mit Creepycube und ja ich denke es kommt wieder mal ne jaja natürlich mit dabei waren Bloble und 2599 2599 genau und das ist Pacman genau ihr Kanal dessen Name mir grad nicht einfällt Creepycube Creepycube ist in der Beschreibung bei ihnen mal vorbeischauen sie machen wirklich coole Minecraft Let's Plays und ja ich würd sagen scheiße jaja ja ne also in dem Sinne bis zum nächsten Mal Leute tschüss 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 tschüss